Ja, was macht man denn mit einem Vibrationstrainer-Sport? Das verstehe ich ja gar nicht. Immer mehr Fitnessstudios bieten das auch an, denn der große Vorteil ist optimales Popotraining und natürlich auch Oberschenkeltraining. Viele nutzen das Gerät auch einfach, um sich mal zu lockern, um zu entspannen. Und das mache ich, indem ich mich einfach nur auf den Vibration... Wir belohnen uns jetzt mal so ein bisschen. Und wie macht man das am besten? Mit einem Saunagang. Ich gehe jetzt nicht in die Sauna, keine Sorge, liebe Zuschauer. Aber ich habe meine Sauna hier zum Umschnallen. Ist doch ganz praktisch, oder? Und kostet vor allen Dingen auch nicht viel. Schauen Sie mal. Das ist unser Sauna. Einmal hier rum. Und jetzt? Ja, jetzt brauche ich mich nur noch anlehnen, entspannen. Meine Fernbediener, meine Schmerzen immer noch in den Knien. Ich habe mir über 15 Jahre Laufen auf Asphalt meine Knie wirklich auf Dauer ruiniert. Vorteil. Hier ist einfach, wir haben wirklich ein federndes Laufband, was hier einfach Walken oder Laufen. Weil gerade, wie du es auch gesagt hast, an Walken ja auch eine wirklich angenehme Sache ist. Und ich denke da zum Beispiel auch an ältere Herrschaften, die vielleicht mal in der letzten Zeit eine Hüft-OP, eine Knie-OP hatten. All diese Dinge. Und einfach mal wieder wirklich ins Training reinkommen wollen. Und da kannst du schon 18 bis 22 für ins Fitnessstudio gegangen ist. Und wenn es regnet und wenn es eisig ist, was macht ihr denn da? Ich habe eine Lösung. Ihr stellt euch auf das Laufband. Macht die kann man dann ja auch machen. Ja, perfekt sogar. Nur halt auf dem Laufband. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Dreimal drin, weil wir hier zum extrem kleinen Preis wirklich ein ganz tolles Laufband biefern können. Da jetzt mal versehentlich vom Laufband stolper, ausrutsche, was auch immer. Schauen Sie mal, was dann passiert. Es geht automatisch auf. Das Laufband sofort stoppt. Und das ist ein sogenannter Sicherheitsaspekt, den ich bei vielen teureren teilweise auch nicht habe. Das ist nur ein, auch die Muskeln aufzubauen. Und das natürlich wirklich alles ganz bequem von zu Hause aus. Und das ist das Schönste. Sie müssen nicht mehr raus bei Eis, Schnee und Wetter oder wenn es mal irgendwie wieder Kühe hagelt. Sondern es ist tatsächlich so, dass Sie vielleicht haben Sie eine Abstellkammer oder Sie sagen, es wird ansonsten im Wohnzimmer wieder zur Seite geschoben, wird zusammengeklappt. Oder Sie tun es in ein Schlafzimmer. Überhaupt kein Problem. Und runterfahren ist eigentlich auch ganz einfach. Schauen Sie mal. So. Muss man gar nichts mehr eigentlich machen. Können Sie jetzt sagen, okay. Das ist alles kein Thema mehr. Denn es geht so einfach und man kann nebenbei noch ein Buch lesen oder vielleicht was trinken, was essen. Musik hören noch. Wenn hier die Musik sowieso schon läuft. Das ist ja auch das Tolle. Und vor allem in Ihrem gewohnten Umfeld zu Hause. Und das ist eben auch wieder der Vorteil. Sie wissen, was im Kühlschrank steht. Sie wissen das, was im Kühlschrank steht. Sie haben keine langen Wege mehr. Und für frische Luft überhaupt kein Thema. Machen Sie einfach das Fenster auf oder die Balkon oder die Terrassentür. Je nachdem, wo Sie wohnen. Und dann haben Sie eben wirklich Ihr komplettes Fitnesscenter zu Hause. Anna hat gerade die beiden 1-Kilo-Hanteln, die übrigens auch gummiert und mantelt sind in der Hand. Die sind im Lieferumfang auch mit dabei. Was ich auch unglaublich finde. Genau. Und die muss man jetzt nicht nur bei der Massage verwenden, sondern das kann man auch auf dem Laufband schön machen. Während man läuft, dass man sich die Handeln mit in die Hand nimmt. Und dann massiert man auch oder beziehungsweise trainiert so ein bisschen die Oberarme oder Unterarme auch. Wir Frauen haben ja auch gerne mal so ein bisschen Probleme mit dem sogenannten Winke-Ärmchen oder Fledermaus-Ärmchen. Es wird dann im Alter schwankt das hier so ein bisschen hin und her. Und deswegen kann man das optimal mit diesen Handeln trainieren, denn das ist pro Handel nur ein Kilo. Und das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Denn wenn es zu viel ist, dann hält man das nicht lange durch. Man ist dann einfach nicht mehr motiviert. Es macht keinen Spaß. Und das merkt man gar nicht. Das ist gar nicht so schwer. Aber die Muskeln merken schon, dass sie dabei was machen. Genau. Effektives Training eben nicht nur vom Laufen her, sondern auch von der Fitness. Und jetzt setzen wir noch eins oben drauf. Hier vorne perfekt in der Halterung drin, auch mit dem Massagegerät. Und wenn Sie jetzt noch sagen, okay, Bauch, Beine, Beine, Po komplett machen und Sie wollen wirklich noch Ihren Bereich... Wie man das macht. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Sie haben alles komplett hier für... Ich fasse das immer noch nicht. Für unter fünf von der Ausstattung her. Und das alles von uns von Pearl TV. Ja. Und jetzt überlegen Sie mal, was Sie da an Geld sparen können. Das ist doch wahnsinnig, wer jetzt noch sagt, ich schließe ein Abo im Fitnessstudio ab. Das ist wirklich Wahnsinn. Sie haben hier alles dabei. Sie müssen nicht mehr außer Haus. Sie sind auf keine Öffnungszeiten mehr angewiesen. Sie sind überrascht. Andererseits vom Preis her überhaupt nicht. Wir waren über den Preis, waren wir auf jeden Fall mal überrascht, dass es überhaupt machbar ist. Tatsache ist, es ist eine absolute Top-Qualität, die Sie nach Hause geliefert kriegen. Und das Ding ist wirklich begehrt. Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, das große Laufband interessiert mich, dann sagt Ihnen Anne jetzt mal unsere Artikelnummer für das Laufband. Ja, das mache ich gern. Das ist die NC 55, 85 und die 569. Dann bekommen Sie nicht belohnt wird. So ticken wir Menschen nun mal. Wir machen ja nichts umsonst. Und hier, das machen wir, weil wir danach Erfolge sehen. Denn es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell man einen Erfolg auch danach sieht, wenn man trainiert, wie schnell das geht. Absolut. Und jetzt kommen wir zu etwas Schönen. Ich mache es mir jetzt einfach mal bequem, die Zuschauer. Anne macht es sich jetzt bequem. Und zwar bieten wir Ihnen jetzt hier in der Sendung eine sogenannte Ski-Hatz. Geschlafen. Einmal wie richtige Erholung. Ich finde es auch für Brummifahrer ganz gut, die viel und vieles. Tja, da sind wir wieder zurück. Und jetzt mit einem hocheffektiven Trainingsgerät, was in der Welt, im Weltraum, was bei den Top-Profis und bei den Schönen und Reichen in Los Angeles und in Hollywood verwendet wird. Richtig, genau. Ich stehe hier auf einem Vibrationstrainingsgerät. Das ist doch richtig klasse. Für viele, die das vielleicht noch nicht kennen, für viele, wie das neu ist, das wurde ursprünglich in der Raum. Weil aufgrund dieser Balance-Situation, dass eben beide Körperseiten gleichzeitig arbeiten müssen, die Rückenmuskulatur gestraft und aufgebaut wird und die Rückenschmerzen weg sind. Wirklich ein hocheffektives Training. Alle Profis, gerade was meinen Bereich jetzt betrifft, Radsport und so weiter. Kleiner und tiefer liegenden Muskeln, also diese großen, die erzielt man, wenn man hier im Mund, nein, ganze 10 Minuten reichen hier. Ganz genau. 10 Minuten von diesem Rütteltraining entsprechen nämlich einem 90-minütigen, schweißtreibenden Workout im Fitnessstudio. Ist das nicht klasse? Was hier noch toll ist, dass wir zwei... 10-minütiges Training am Tag. Ich meine, 10 Minuten hat jeder, sind wir ganz ehrlich. 10 Minuten jeder. Sie können dabei Fernsehen schauen, Sie können sich dabei unterhalten. Ich meine, Sie merken, desto leichter wird es plötzlich. Und das ist eben das auch, wenn es jetzt ein bisschen langsam taumelt, dann ist der Körper immer so eine Bewegung. Auch das ist natürlich effektiv. Ja, für die Koordination, ne? Auch gut. Ich brauche meinen Vibrationstrainer immer 15 Kilo Handeln mit drauf, weil ich natürlich auch versuche, das Gewicht gut zu verteilen und Glück draufzukriegen. Es ist fantastisch. Also ich habe früher auch, wir stehen ja den ganzen Tag immer mal wieder Rückenprobleme gehabt, seitdem ich den Vibrationstrainer...